So Dennis, statt wieder 40 Euro im Kino auszugeben, gibt es bei mir Home-Cinema auf Budget für Schlappe 3,50. Wallah, ehre mal der Frankie. Ja, alles auf dich heute oder was? Killer! Ja, ja, na klar, ist alles... Killer auf dich! Ist auf mich, ja. Ja, gib Code, Bruder. Ja. Ja, jetzt einfach viel Spaß mit der Tagesschau. So Dennis, worauf hast du Lust? Rosamundi Pilcher, Traumschiff oder doch eine Hitler-Doku auf NTV? Was für Hitler, Alter? Geh auf RTL 2, guck, was da kommt. RTL 2? Das kannst du ja auch bei dir im Viertel haben. Wie wär's mit ein bisschen Kultur? Hier, auf Arte. Auf was? Naja, lieber auf Koks. Du wischst dir auch mit dem Picasso den Arsch ab, oder? Ey, gib mal her, lass mal was streamen, Alter. Ja, können wir machen, ich hab alles da. Netflix & Chill, Amazon Prime, Loch 1. Sky? Stöck hinein? Oder Disney plus Coitus. Boah, Digga, Alter, gib mal her, lass mir irgendwas mit Druck gucken, Bruder. Ja, so einen hoch gemästeten Zuchtboden, den hab ich auch bei Holger auf dem Hof. Ja, dann lass Fast Interviews gucken. Autobahnraser, hab ich auf der A3. Bruder, dann lass Friday gucken, Alter, hier. Ich weiß nicht mal, worum's darin geht. Ja, ich merk schon, bevor wir hier ne Auswahl getroffen haben, ist der Berliner Flughafen fertig und du bist eingebürgert. Digga, Alter, ich hab einen deutschen Pass immer noch. Ja, ja, ja. Guck mal her. Ah, guck mal, Transformers, die Gerle, so, diese Kahwe da, Alter. Das ist sowas Gutes. Ja, da kommt dein Studium wieder ganz auf ihre Kosten. Apropos Kosten, das ist mein Netflix-Account, also such ich aus. Digga, ich hab auch Netflix. Ja, weil du meinen Account mit nutzt. Die 4,85 auf PayPal werden langsam wieder Fettig-Sportfreund. Und außerdem hör auf, mein Profil zu benutzen die ganze Zeit, mein Algorithmus ist völlig verwirrt. Das war ich gar nicht. Empfehlung für Frank Stimpel, das Osmanische Reich. Ja, mein Opa zieht sich das nicht durch sein Glasauge rein. Nein, ich such aus. Digga, mach diese Faxen nicht mit mir. Mach du jetzt keine Faxen. Ich hab's. Ich hab's. Bollywood. Orientalische Musik, große Emotionen und den ganzen Zeit Tanzen. Deine Kultur. Digga, das kommt aus Indien. Ich bin Türke, man. Türke. Türkisch für Anfänger. Lass doch einen deutschen Film gucken. Der Untergang. Wir können auch einen orientalischen Film gucken. Arielle und die 72 Meerjungfrauen. Nee. Allerdings auf dem Filzmöbel-Gleiter. Dennis, der war richtig gut. Richtig der Schenkelklopfer, ich bin stolz auf dich. Und ich hab ne Idee. Inception. Packender Thriller, spannende Dialoge und für dich explodiert sogar was. Ja, hört's gut an. Baller mal rein, ja? Moment. Moment. 2015. Meinst du das ernst? Tatort! Ich glaub, er ist der Mörder. Ja, danke fürs Zuschauen. Wenn irgendjemand von euch das Video wirklich auf dem Fernseher geschaut hat, schreibt's auf jeden Fall in die Kommentare. Hier gibt's ein Video von Walulis, der kommt auch aus dem Fernsehen. Und hier könnt ihr euch das nächste Alman-Video anschauen. Vielen Dank an Dennis für die tollen TV-Tipps. Ich danke dir für das Suche. Am Wochenende. Netflix & Chill. Und jo, wir sehen uns nächsten Sonntag um elf, Sportsfreunde. Abonniert den Kanal und liked das Video nicht vergessen. Tschüssli Mösli.